Clenched Fashion macht Blassize Mode, die nachhaltig und fair produziert wird. Blassize Mode bedeutet bei uns Größen von 48 bis 54. Das Besondere an Clenched Fashion ist, dass wir in Deutschland, respektive Europa produzieren und auch tatsächlich Schmuck zum Beispiel machen, wie ich ihn heute trage, weil auch das ein großes Thema ist, dass einfach Schmuck einen großen Hälsen, einen dicken Hälsen vielleicht manchmal gar nicht so passt und da wollen wir einfach für alle was machen. Momentan gibt es uns online. Auf lange Sicht wünsche ich mir, dass wir in Boutiquen vertreten sind.